Einer Runde Battlefield 4. Wir spielen auf Operation Outbreak, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich kenne es gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Da wirst du nie gespielt. Ich nehme das Schild mit. Ich kenne da mal rein. So, da ist der Button immer. Wie sie hören, hören sie nichts. Na gut, wenn er wenigstens bis C fliegen würde, dann würde ich da nämlich gerne aussteigen. Krass, wie man einfach nichts hört, ne? Zack. Jetzt höre ich wieder aus. Wollte ich das ausmachen hier. Auch hinter mir ist er, ne? Nein! Ich habe nicht bekommen. Scheiße. Und gerade jemand wurde irgendwie gerade gebannt vom Server? Oder war das gerade? Oh ja. Ähm, ja, die MK werden wir mal tauschen. Die bringt gar nichts. Gar nichts. Ähm, PKP-Pächnik. Die nehmen wir mal mit. Da wird da kein Aufsatz für. Krass. Boah, ich komme hier nicht durch. Oh, okay. Wofür rau ist sie hier? Ja, nur nur. Da muss ich noch einer. Ah, ich gucke mal, dass ich nach A komme. Boah, ich habe einfach nichts mehr gesehen. Okay, also die scheinen da ziemlich hart zu sein an der Stelle von C. Ähm, warum habe ich aber keinen Aufsatz für die PKP? Warum habe ich da nichts? Ich habe da wirklich nichts, außer mittlerer Distanz. Äh, say what? Aha, da ist er doch. Die wird von denen eingenommen? Krass. Boah, wenn ich ziele, will ich aber keine Taschenlampen machen, Alter. Also eher ungerne. Wo mache ich das? Ich kann das nicht mehr ausstellen. Krass. Ist ja kacke. Muss aber auch dazu sagen, ich kenne die Maps so gut wie gar nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Ich gucke mal, ob ich über Außen auf A komme. Einfach mal so. Mit dem Zielen und, äh, äh, äh. Aha, da habe ich jetzt wieder Munition, aber... Ah, auf drei war das Schild. Alles klar. Mit dem Fuchs oben drauf. Okay, Echo haben wir. Boah, komm. Ist durch sogar das erste Mal, dass ich diese Maps spiele. Ich gehe da ja nicht. Aus den Augen verlieren. Soll ich mich aus den Augen verlieren? Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Keine Ahnung, wo die beiden jetzt sind. Wir haben einsetzend viel Alpha neutralisiert. Okay. Da hat es sich ja gelohnt. Für mich. Na ja, der Typ rennt hier noch rum. Oh lol, der hat mich wirklich gesehen. Oh, leckt mich am Arsch. Hä, der war über mir, oder? War hinter mir? Keine Ahnung. Den hat ich wirklich gesehen. Müssen wir langsam was machen. Wir verlieren ganz schön am Boden gerade. Also, ich zumindest. Zählt wieder eingenommen von uns. Aber wird übernommen von denen. Klasse und Fortschritt sind wir komplett durch. Da müssten wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen was machen. Na, gehen wir mal rein. Ich bin mal ein Pionier, weil da müssen wir wirklich noch ein bisschen was machen. Ähm, hast du hier nichts? Beziehungsweise niemanden? Da war gerade auf jeden Fall jemand. Fuck! Muss ich im schlechtesten Augenblick nachladen. Der Heli ist auch beschissen geflogen. Nein, der hat sich da ja voll aufs Dach abgesetzt, ey. Okay, der Heli ist weg. Oh cool, der Tempel. Alter, der Tempel sieht halt geil aus. Leck mich. Leck mal fett, ey. What the fuck? Wie hübsch ist das Ding, Alter? Boah, wie geil wäre das? Wenn man hier die Tür aufmachen könnte. Zum Tempel. Nein, das gibt's nicht. Willst du mich verarschen, Alter? Und geil. Ich steige nochmal weiter ab. R1-5 hier mittlerweile. Holy crap, ey. Die Waffe ist auch nicht so geil, muss ich sagen. Jetzt nicht überragend. Schön, Fahrzeug. Na ja, zu Fuß unterwegs. Ja, schieß mal weiter auf mich, du Spaten, ey. Endlich. Die Schwester. Super deutsch. Äh, die Waffe ist, wie kacke, die bringt uns gar nichts. Die ist halt, die ist halt zwar klein, im Nachkampf wahrscheinlich sehr geil, aber so wie wir gerade spielen, pfff, nicht besonders cool, das Ding für uns. Ähm, wo haben wir das? Da haben wir sie. Oh, die haben B übernommen. Jetzt steht der da? Fuck, der ist doch gelandet, Alter. Ist der Hubschauer runter? Okay. Achtung, Einsatzstil Alpha wurde erobert. Okay, Alpha haben wir wieder. Wo ist B? Da ist B. Was haben wir eigentlich alles bei? Ja, PG haben wir bei. Oh, Mienchen haben wir bei. Hm. Ich hab' nen feindlichen Panzerwagen, wenn sich von dir gesichtet. Ja, da war's hinten, ne? Alpha ist wieder weg, das war aber ganz normal eigentlich. Wird recht zügig wieder verlieren. Oh, da war's noch einer. krassige tote hier sind ich will hier aus fenster danke dich noch beheber ich gerne wollen da ist doch einfach in den gegnern abgesprungen oder blöd okay bravo haben wir auch nicht wieder auf und da ist halt widerstand ohne ende hier ist ein krass übelste wege übel übel das nix weiter da haben wir so ein dings zu stehen sporn biegen oder was schön der spornbarker zu sein oder bewegungsmelder aber spornbarker ist weg kein ding ich würde gerne mal sturmsoldaten spielen und dann soll ich sagen mit dem fühle ich mich wohl aber wir haben halt mit dem alles freigespielt was man freispielen kann irgendwann ist es halt auch ein bisschen langweilig der scheint wieder nach a zu wollen holy crap erstmal hier drunter hängen hat sich eine hubschrauber an jetzt sind rausgesprungen schrauber ist noch aktiv aber keiner oben drauf gelandet auf jeden fall ich sehe den halt nicht ne ich sehe den halt nicht ne mehr und ja 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 da ja 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 Einzelschuss, ich habe es umgestellt. Wow, was kommt denn da? Was macht der da? WTF? Komm schon, lad nach. Einen Schuss haben wir noch. Das war eine gute Idee, die ganze Zeit da oben drauf zu pimmeln war nicht schlecht. Einfach um den Punkt zu halten. Jetzt haben wir da im Gegensatz dafür aber ziemlich viele andere Punkte verloren. PdW ist eigentlich gar nicht so kack, oder? MX hatten wir schon lange nicht mehr benutzt. Ähm, eh, gut übernommen. Okay, eh, haben wir wieder. Dann sollten wir nach C gehen. Das ist zur Zeit ja am nahesten gelegen. Oh, dieses Feuer hat sich halt nix, ne? Oh, wow. Nice. Ne Game War. Alter, sind wir schlecht. Also das ist halt, ne? Wenn man das Ewigkeiten gespielt, das spielt, dann ist man halt einfach nur noch ein bisschen, ja, sinnlos möchte ich behaupten. Ähm, wir haben leider keinen Punkt, der irgendwie auch nur nah genug an irgendwas dran wäre. Wenn man damit was muss, dann ausrichten kann. Hoppala. Oh, bei Delta war auf jeden Fall noch ein Panzer. Gerade und hier irgendwo. Ist eins jetzt nur noch da? Ne. Boah, ach komm, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Boah, wo will der hin? So, sogar auf'n. Auf'n Haus. Lol. What the fuck? Von Dach zu Dach und dann erstmal schön drunter. Dann haben wir nur die Drohne. Pistole mit Scheiß-Tag-Light. Hin auf B schon wieder. Boah, jetzt übernehmen sie aber viel. Boah, ich hasse das, ne? Diese, diese Sicht. Hä? Ich dachte, man kann die hochjagen. Da ist grad jemand gelandet. Loah, der hat mich instant gesehen? What the fuck? Wie konnte der, wie konnte der mich sehen? Der hat mich ja noch nicht mal gespottet oder so, denk ich mal. Krass. Oh, da war da oben jemand. Na gut. Nächste Map ist Propaganda. Gucken wir nochmal. Also wirklich nicht gut abgeschlossen. Also wirklich nicht. War eher schlecht als recht. Naja. Toller war es von den Punkten auch nicht. Ich bedanke mich trotzdem bei euch für's zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.